So, dann wollen wir jetzt mal ein bisschen Battlefield 5 spielen. Oh ja, es ist draußen, ich liebe es. Ich liebe es. Hat sich das schon erwähnt, dass ich es liebe? Nice, ich habe zwar 46% runtergeladen, aber das erste kann man wohl schon spielen. Nice, nice, nice. Oh, das wird nett, macht Versuche. Ja, heute ist aber auch ein verdammt kalter Tag. Oh, und ich habe die Musik so verdammt laut gemacht und ich kann sie nicht live erstellen. Oh nein. Okay. Was versteht man. Da haben wir schon gefunden, dass die Geschichte über Kreativien und Monster in den Wäldern erzählt. Meine eigenen Kinder sind immer noch in Deutschland. Oh, und neun. Ja, eindeutig. Nein, ich weiß nicht, das stimmt. Muss ich mir, dass wir die angucken. Kann ich nicht einfach mal wegdrücken? Hallo? Möchte es wegdrücken bitte? Wenn du nicht, werden wir nach Tyskland senden. Und die Frage kann der Beantwortung sein viel mehr... ...unvergänglich. Bannet in diesem Ort ist Möchenland essentiell für Kriegsinnsatz. Ihr Volk ist ein Monster. Hier, in dieser Stadt. Natürlich, als wenn er das nicht wisse, also bitte. Aber geh nicht auf dem Ort. Bevor wir versehen. So, dann werde ich jetzt mal ein bisschen ablosen. Aha, wer bin ich? Oh, ich muss Skifahren? Warum? Na ja, aber gut. Juhu! Oh Gott. Okay. Okay. Nice, ich spring einfach mal hier. Hier geht die Bäume durch. Okay, das war wohl nichts. Yeah, Baby. Einfach Vollgas. Egal. Das ist ja auch ein witziges Gimmick hier. Okay. Okay. Okay, nice. Oh, nice. Das Gewehr bewegt sich. Ganz schön träge. Das müssen wir jetzt aber mal korrigieren auf die Schnelle. Optionen. Äh, Steuerung. Wissen, wer muss sich schneller bewegen? Ich mach jetzt erstmal nur auf 25 Prozent. Wo muss ich denn eigentlich hin, Mann? Messer werfen, Mann. Darf ich die ja schießen? Oh Gott! Bin ich blind oder was? Was war denn das für eine Aktion? Jumme. Eingesammelt. Gib mir deine Mun. Was habt ihr hier vergraben? Oh, nein. Gib mir das. Hey. Okay. Jetzt geht meine Maus plötzlich doch schnell. Was soll das? Gut, ich hab die DPD vorhin ein bisschen hochgestellt. Dann werde ich halt so spielen. Scheißegal. Kann ich mich hier irgendwie hinbücken? Kriechen vielleicht auch? Eine Runde? Das sieht nicht gut aus, sagt sie. Gott, ich bin so blind, Alter. Lass mich. Erstmal holte ich den da. Nein, nicht öffne. So. Ja, ein Scharfschützen wäre wäre nice. Komm, wir helfen doch mal! Du Hund. Wenigstens hat kein Alarm geschlagen. Wie kann man das verschießen? Wie kann man das verschießen? So. Und jetzt möchte ich bitte... Einen Sniper? Oder so? Was können wir hier machen? Halten, um das Fahrzeug einzusteigen? Nein, ich will da noch nicht einsteigen. Ich will erstmal gucken, was es hier noch für Shit gibt. Ja! Nischt! Ja! Nischt! Nein! Da ist kein Zielfernrohr dran! Warum denn? Wenn hoch! Na ja, ist egal. Aber jetzt hätte ich... Ich hätte trotzdem gerne noch ein Zielfernrohr, wenn es geht so. Wenn es genehm ist. Puh! Oh nein, ich habe nicht geguckt, wo die Verfolgungskamera ist. Oh nein! Nein! Oh ja, da... Oh Gott! Hilfe! Wie kann ich ihn in den Platz wechseln? Könnte mir das mal einer verraten? Ich will hier an... An den... Ah! An den... 1MG will ich! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Ich bin so zerstört! Ich komme da nicht zurück! Ja, das war ja nice! Okay! Ich bin tot! Oh Mann! Das war jetzt ein bisschen deprimierend gerade, um ehrlich zu sein! Das war jetzt sogar mehr als deprimierend! Okay! Dafür bin ich jetzt hier! Auch schön! Und jetzt bin ich jetzt immer wieder weg, wo sind die Und jetzt bin ich hier rein! Und jetzt habe ich schon hier. Das war jetzt. Bei dir ist es ganz sicher! Ach! Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin da. Ich bin hier. Ich bin hier. Na toll, jetzt will ich aber auch zurücklaufen, ehrlich, nö, nö, jetzt laufe ich auch zurück. Ich gucke, ob es da noch irgendeinen Shit gibt, den ich gebrauchen kann. Was ist denn das für ein cooles Waffensymbol hier? Ah, nice. Da oben noch einer drinnen, die müssen sie leider ne Runde töten. Das geht ja nicht. Dum dum dum, da steht einer. Der Hauptmann? Ja, der ist immer müß gelaunt. Moment! Nice. Was kann ich hiermit machen, bitte? Oh ja! Das hat sich definitiv gelohnt, hier hinzulaufen. Ich liebe es jetzt schon. Oh ja! Oh, das ist mein Gewehr. Ich bin zwar scheiße im Sniper, oh Gott. Aber, das ist wunderschön. Das sieht so cool aus. So, was haben wir da oben noch für eine Waffe? Was cooles? Was ist das? Äh, Gewehr... Oh, noch so nen... Noch nen Sniper will ich nicht. Eine reicht. Gerade diese mega coole hier. Finde den vermissten Widerstandskamp. Der ist ja bestimmt tot. Der ist ja bestimmt. Oh Mann. Wie ist das da? Das ist ja so groß. Oh... Oh! 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 Scheiße! Das ist ja gar nicht Täter, Mann! Wo sind die, wo sind die? Oh, ich bin zu langsam. Ich laufe in deinem Leben. Neeeins! Ich hab die nur angespuckt. Was soll denn das? Du bist getroffen, du! Oh Gott, ich bin so schlacht. Dahertunt? Was? Was möchte ich denn? Ich hoffe, ihr habt jetzt ein bisschen der Sardin hier für mich. Halte zum Aufheben. Nö, die will ich aber nicht. Das ist mir aber schon ganz nice. Oh ja. Die ist auch schön. Oh ja, die ist schön. So, dann gehen wir mal in diese tolle Wald-Tippe hier rein. Hm. Hier ist nischt. Dafür hab ich nen Brief. Will ich diese Sniper? Nein, ich find die andere immer noch geiler. So. 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 Abernien des So. Aha. Was ist denn heute los? Jetzt zitter ich hier durch die Gegend, ich weiß noch nicht mal wo ich langlauten muss. Ich laufe hier einfach querfeldein, scheinbar. Nur noch 4 Schiss mit meiner ganzen Nacken, das ist ja ärgerlich. Ok, dann hole ich mir doch die andere, vielleicht habe ich da ein paar mehr Schuss, weil 4 Schuss ist jetzt echt viel zu wenig. So, wo ist denn die andere gewesen? War sie hier? Ja, ich glaube nicht. Nee, also nicht. War sie hier? Ja. Das Schuss habe ich nicht. Na toll, na toll. Oh, die sieht doch cool aus. Oh, oh, ist sie etwa mit Schalldämpfen? Ist sie etwa mit Schalldämpfen? Oh, nice. Oh, ein kleines Glücksschweinchen. Ich habe ihn nicht gebrochen. Ich habe ihn nicht gebrochen. Oh nein, da ist ja noch irgendwo einer. Bitte, ich brauche ein bisschen Munition. Danke, danke, danke. Was ist das denn? Muss ich da jetzt interagieren? Na, scheinbar schon. Bei meinem Glück löse ich den Alarm damit aus. Ohhhh. Wie sind denn die Rechen? Wie sieht der überhaupt aus? Guck mal weg. So. Okay, da ist schon mal einer. Da ist schon mal einer. Da ist schon mal einer. Ja. Da ist schon mal einer. Ohhhh. Stößt er los? Sind die nicht? So, jetzt machen wir ein kleines Päuschen hier.